Hallo, jetzt kommt zu einem neuen Part von Dragon Age Origins Folge 15. So, noch einmal die Scheiße hier machen. Warum sparen wir jetzt hier? Ich warte da schon weiter. Immer die gleiche Scheiße, ne? Wir haben das schon gemacht, aber wir haben das schon noch weiter. So, noch einmal. Ah! 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 Hey! Let me! Let me! Machos Dude! All right. All right. Got it! All right. Very well. Ah! Off ich jetzt. As gut. All right. Das war's gut! Hey, was ist das für ein Scheißspiel, Alter? Man. Schon wieder Level Up, was soll denn die Scheiß? Na, 6 Punkte, Alter. 13, 12, 13, 13, 14, 14. So. Stealing, Activated Range, Personal Activation, No Cooldown, 10 Seconds, requires 10 Cunning, the character is quick enough to pillar small items from others, whatever friendly or hostile, so long as they are not too alert. Powerful, require passive, requires 10 strength, through training and hard work, the warriors gain greater health and reduce the vertical penalty for warning armor. Right hand strike passive, Templars are enforcers, specifically chosen to control mages and slay opponents. Each of the Templars melee hits against an enemy spell caster, train states mana. Ich denke, ich hab's. Also das Brei, Brei Striking, Sustain Strange Personal Upkeep 40, wo ich mal das, äh, Threaten, Sustain Strange Personal Upkeep, from 30 Fats, go 2% cooldown, 50 Seconds, requires level 4, requires 14 strength. The warrior abends a traditional posture that increases enemy hostility with each melee attack, drawing them away from other allies' wood, while this mode is activated. Taunt activated range, personal activation, 9 and 30 cooldown, 20 seconds, requires level 4, requires 14 strength. A mocking balau catches the attention of nearby foes, increasing their hostility toward the warrior. The fight ending opinions increases the effect. Um, Brei Striking, Sustain Strange Personal Upkeep, 40 Fats, good 5% cooldown, 0.5 seconds, requires 10 dexterity. The warrior tries to make each attack count, self-revocation attacks meet for a bonus to attack, as well as the increase to change the score to regulates for as long as this mode is activated. Gut. So, probieren wir jetzt noch einmal. Denn, spüle ich's. Der geht doch rein, ne? Okay, ach, das wird zu dumm. Ah, let's wipe them out quickly! Danke. Was ist das? Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Oh! There you are. I shall do it. Okay. You will learn to fear me! I see. I am wounded. So be it. 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 So these two, it's your time to die. I see. Very well. As you do, I shall do it. So what now? 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 The boss says kill him. Time for more practice! Jetzt wird es mal lustig. Jetzt wird es mal alles wieder machen. Ja, guck, sag ich. Schon wieder ein Level ab. Ach, das ist irgendwie mal das Gleiche. Na ja, komm. Also, das ist mal speichert, nee. Ja, guck, sag ich, sag ich, sag ich, sag ich, sag ich, sag ich. So gut. So gut. Okay, ich habe den Rang. Nicht zu ehm, nicht zufrieden. Ich bin ein Wettbewerb. Das war's für heute. So be it. Oh. So be it. I can't wish. The pain! It overcomes me! Ja, toll. Man, ey. Und langsam hoffe ich auf die Scheiße keine Lust mehr. Wenn ich ein paar mal schiere, dann mache ich die Difficulty runter. Vielleicht geht es dann ja leichter. Wenn ich beim nächsten Part sterbe, dann mache ich die Schwierigkeitsgrad bis hier runter. Und, ja. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.